was ich dagegen tun möchte ich würde euch sehr gerne ein freundschaftsangebot machen ich würde euch sehr gerne ein freundschaftsangebot machen der gute schnitz hat da was vorbereitet für alle leute die eventuell probleme haben mit dem was ich gesagt habe oder eventuell was passiert sind oder denken dass das alternative fakten sind für die leute ist ausrufezeichen jobs genau das richtige denn dort gibt es eine entschädigung ein liebevoll zusammengeschnürtes paket für die zuschauer ein liebevoll zusammengeschnürtes paket für die zuschauer da draußen die zweifeln und nicht wissen wie es läuft ich werde boykottiert warum werde ich hier boykottieren ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee, sowas ignoriert man nicht. 40 Cent. Sowas ignoriert man nicht. Da geht man voll rein. Hast du deinen richtigen Nickname? Nee, hab ich nicht. Nee, nee. Mein Nickname ist nie richtig. Tja, wärst du mal durch den Busch gelaufen? Hättest du mehr mitgenommen. Hättest du mehr mitgenommen im Busch. Was machen wir denn jetzt hier? Mehr können wir ja schon gar nicht mehr wegschmeißen. Eigentlich. Und lasst dann? Vielen Dank. 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 Boah, hoffentlich muss ich nicht bis ganz hinten durch. Habe ich mir die blaue Spritze gegönnt? Hey Koala Moinsen. Nee, ich habe ich noch nicht. Gut. Hey Sieg, 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 Moinsen. Ich habe ich, Sieg, 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 ... Ich finde, ich, Sieg, 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 ... alter verwalter ich glaube dass man wir haben fast alle pmcs getötet alle bis auf einen glaube ich 1 2 3 4 5 6 7 8 8 stück haben wir getötet einer lag draußen noch rum und einer wurde so noch erschossen holy shit junge die beiden ja die beiden gehören hier mit rein ja das war ein bisschen brutal gerade das war ollie ja